Wer hat den ersten Weltkrieg gemacht? Die Muslime? Den zweiten Weltkrieg? Die Muslime? Wer hat die Atombombe auf Hiroshima geschmissen? Die Muslime? Wer hat 20 Millionen Aborigines in Australien und Gratimuslime? Wer hat über 100 Millionen Indianer in Nordamerika-Plattmann Muslime? Über 50 Millionen Indianer in Südamerika-Plattmann Muslime? Wer hat 180 Millionen Menschen aus Afrika als Sklaven gebracht, von denen 77% unterwegs gestorben sind und heute auf dem Friedhof des Atlantischen Ozeans liegen Muslime? Nein, keine Muslime!